Und mit diesem Versprechen schafft er es womöglich ins Weiße Haus. CNN, der amerikanische US-Sender, hat zumindest vor wenigen Minuten gemeldet, dass es eine Projektion für Trump gibt. Stephen E. Kuhn, Sie sind Republikaner. Richtig. Was fühlen Sie jetzt? Freuen Sie sich? Ja, ich freue mich natürlich, dass es jetzt geschafft hat, Republikaner in ein bisschen Konservativität wieder reinzubringen. Ich weiß, dass es nicht einfach wird. Ich weiß, dass das Beginn von einem langen Weg ist. Ich weiß aber auch, dass eine Änderung sehr bitter nötig war. Wenn wir eine Außenpolitik anschauen, zum Beispiel, wenn wir einen Mittelosten, Fernosten anschauen, es ist Zeit gewesen, eine Änderung zu bringen. Ob das ganz genau der Richtige ist, wissen wir nicht. Aber eins kann ich Ihnen sagen, ein Mann alleine backt den Kuchen nicht. Es ist der Senat, es ist der Kongress, es sind die Menschen, unsere Republik. Allerdings ein bisschen schwer vorstellbar bei Trump, dass er sich irgendwie in den Hintergrund oder zurückhaltend gibt. Das ist ja das, was diesen Wahlkampf ausgezeichnet hat, dass er nach vorne geht, dass er anschuldigt, dass er zum Teil auch beleidigt und verletzt. Wie gehen Sie damit um? Ist das was, was dem Land gut tun wird? Ja, wie er redet, was er sagt, seinen plumpen Aussagen, seinen auch teilweise unmöglichen Aussagen, sind natürlich ein Problem für viele. Man muss dann abwiegen, was denn mehr trifft und wo das denn einen hindert in die Außenpolitik beziehungsweise in Innenpolitik. Es ist schwierig zu sagen, weil er war noch nie Politiker gewesen. Das ist, auf einmal steht er da, es sagt immer, was er immer sagt. Jetzt auf einmal wird es auf die Goldwaage gelegt. Und natürlich, als Präsident sagt man solche Sachen nicht. Ich glaube nicht, dass er, ich glaube, dass er ein intelligenter Mann ist und er weiß ganz genau, wie er sich für benehmen hat nachher, beziehungsweise er wird schon in die Schrecken gezogen. Jetzt sehen Sie, Sie haben das schon gesagt, in der Außenpolitik Vorteile. Gehen wir das mal durch. Das heißt, keine Intervention mehr, das ist das, was gut ist für die Welt? Keine Intervention, keine Aggressivität, keine Angriffe, keinen falschen, ja, wir müssen jetzt da rein. Der Verteidigung verteidigen würde sich. Also nicht es auch dafür, IS zu zerquetschen, wie er dann sagt. Die Frage ist, wer ist denn IS jetzt mittlerweile, wo sind die ganz genau und wo muss man angreifen? Einfach mal Teppich bombardieren, wie damals, es ist nicht mehr. Es kommt gar nicht in Frage. Und das war, laut Hillary Clintons Aussage, Ihr Plan gewesen. Jetzt muss man dazu vielleicht erwähnen, dass Sie selbst als US-Soldat im Golfkrieg im Irak waren, dort gekämpft haben. Ist das so, dass man sagen kann, dass Leute, die Ihr Schicksal teilen, eher zu Trump tendieren? Das kann ich nicht sagen. Also ich kann sagen, dass meine Veteranfreunde, die meistens sind Trump befürwortet. Das hat aber einen psychologischen Grund dazu. Leute, die in Krieg gekämpft haben, sind weniger von denen, schaffen es wieder raus, aus diesem Mindset zu kommen, weil das wird eine Identitätskrise dann aussetzen, in einen selbst. Es ist schwierig, damit umzugehen, in ein Land, wo ein Soldat eigentlich ein Held ist. Jetzt ist es für uns Europäer, uns Deutsche, da gibt es auch Umfragen, die Deutschen waren zu 75% für Clinton, nur 4% für Trump. Sehr schwierig, wenn es denn so kommt, es zu akzeptieren. Können Sie auch das verstehen? Klar kann ich das verstehen. Es ist aber allerdings ein Land, die immer wieder solche Sachen präsentieren, immer Gegensätze präsentieren. Wir sind ein Land, wir sind Außenseiter, immer gewesen, Amerikaner. Und unsere Stärke ist, dass wir, wenn es sein muss, kommen wir zusammen. Und ich glaube auch daran, dass wir auch zusammenkommen werden. Und ich glaube auch daran, dass wir zusammenkommen müssen, um weiterzumachen. Danke für die Einschätzung, auch für Ihre persönlichen Eindrücke, Stephen E. Kuhn.